Alles so geplant, alles so geplant. So, machen wir hier gleich mal ein bisschen Dekoarbeit. Dö, 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 dö. Ich hab gesagt, döt. Nein, das war jetzt nicht schlau. Okay, ich werd dafür wahrscheinlich auch einiges an Zaun brauchen. Ähm, mal überlegen, also. Wenn ich das dann... Ich denk gleich schon mal vorwärts, äh, und baus von vornherein, äh... So, wie ich das auch haben will, wär auch schlau, wenn ich's nicht so mache. Ähm... Ach, wie mach ich das jetzt am schlauesten? Also, ich hab hier dann... Hier, dann da kommen die hin. Nein, das ist dann wieder blöd, da muss ich's ja wieder eins höher setzen. Das heißt, die müssen dann hier rein. Ihr hört mich gerade laut denken, ihr hört schon richtig. Ähm, dann kann ich das Ganze jetzt... Ähm... Dann brauch ich... Zwei, okay. Jetzt geh ich erstmal kurz pennen. Schon lang nicht mehr gepennt. Das erste Mal in dieser Aufnahme. Ich würd aber trotzdem ganz gern pennen. Ich würd ganz gern... Wow! Was war das? Hier wär vielleicht ne Druckplatte gar nicht mal so schlecht. So, wie hier. So, also... Ähm... Wie wollte ich das jetzt machen? Ha! Meine Gier nach Dreck! So... Da, 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 da... Ähm... Lass mich nochmal ganz kurz überlegen. So, 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 so. Perfekt! Passt wunderbar. Ich muss hier auch klein noch ein bisschen Terraforming betreiben. Damit es auch etwas echter aussieht. Und natürlich auch den Leck überstehen. Vor allem weiß ich ja nicht, wie es danach wieder rauskommt. Und... Blumps... Äh... Da, da, da... So... Ähm... No! 1, 2, 3, 4, 5... Cut! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... So, hier kann ich abbauen gehen. Weil hier brauch ich's gar nicht. So, dut, 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 dut. Ich brauch echt noch... Ich hätte echt noch ein weiteres Gesprächsthema jetzt gebraucht. Aber... Ähm... Ich hab... Ich hab halt, wie gesagt, letztes Mal eins übrig gehabt. Und das, glaub ich, finde ich jetzt nicht mehr. Ähm... Vor allem, ich glaub, ich muss hier sowieso ein bisschen mehr überlegen und ein bisschen mehr innehalten. Oh, verdammt, ich hab jetzt was ganz Wichtiges vergessen. Das hab ich jetzt total übersehen. Das ist ja eigentlich fast schon das Wichtigste. Ähm... Moment. Jetzt werden's die meisten wirklich... Also, jetzt werden die Minecraft-Zocker wahrscheinlich wirklich herausgefunden haben, was ich mache. Ähm... Moment, ich muss jetzt echt überlegen. Wie hab ich das jetzt nochmal gemacht? Ähm... Ich müsste eigentlich glatt jetzt wechseln, ganz kurz. Aber... Es ist doch eigentlich so stocksimple. Stimmt. Weil ich's nämlich so machen muss. Äh... Sorry, das ist jetzt etwas... bitter gewesen für mich. Weil's eigentlich einer der simpelsten Redstone-Anlagen ist, die es gibt. Ich hatte schon beim Bauen leichte Probleme, komischerweise. So, bis hierhin. Dann... So. So. Verdammt. Moment, das ist jetzt eigentlich... Ich muss jetzt dann... So. Ach ja, genau. Und dann geht's so. So geht das. Genau. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Ich hätte aber trotzdem ganz gern, dass es nicht laggt. Und dass... Ich jetzt weiterbauen kann. So, jetzt müsste's gehen. Jetzt ist natürlich das mit der Redstone-Leitung natürlich wieder weg. Das ist etwas schade drum. Das heißt, hier hab ich das logischerweise, da hab ich auch noch falsch gemacht. Das ist natürlich... Doppelt bitter. Vor allem, wo soll dann bitte das Wasser langlaufen? Ach, weißt du... Jetzt sag ich's einfach. Ähm... Weil... Sonst hab ich überhaupt nichts zu reden. Und das wird auf Dauer ja auch langweilig für euch. Sonst schaut ihr mir ja gar nicht mehr zu. Das ist schade, wenn ihr mir mal zuguckt. Ich will meine... Meine schönen... Bisher noch treuen... Äh... Die paar Zuschauer, die ich hab, sind mir ja treu. Ähm... Hoffe ich doch zumindest. Wehe, wenn ich... Wenn ihr fremd geht, ich sag's euch. Nein. Nicht gut. Naja. Ähm... Es... Es wird ne, ähm... Automatische Ernte-Maschine. Äh... Dafür brauch ich halt... Das sind halt hier die Wasserzuwege. Äh... Die ich hier gerade mache. Und es ist es auch wirklich 7... 7 breit. 1, 2, 3, 4... 6, 7... Ich bin blöd. Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht... 1, 2, 3, 4... 5... 1, 2, 3... 1, 2, 3... So... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ich kann hier sogar noch so ein kleines... So einen kleinen Mittelweg reinbauen, der zwar bei dieser Größe überhaupt nichts bringt, aber... Ähm... Drauf geschissen. So. Dadurch kann ich hier nämlich auch nochmal... Dadurch spare ich mir hier nämlich auch noch einen Pisten. Pisten. Zum Ausfahren. Und dadurch weiß ich auch... Okay, hier muss ich raus. Äh... Ja, jetzt ist es bloß so. Jetzt belasse ich es mal vorher das erste Mal so. Ähm... Warte, ich mache mir mal ganz kurz die Pisten. Also... Was sage ich eigentlich immer? Warte, 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 warte. Nix, warte. Das ist unverzeihlich. Cobblestone. Redstone. Brauche ich noch Eisen dafür? Ja, Eisen brauche ich auch noch dafür. Den habe ich hier aber gerade nicht. Und Holz brauche ich auch. Es ist zum... Kratzen. Kratzen, Kratzen. Ja, jetzt habe ich es auch gesagt. Es ist mir aber wurscht, wenn es wirklich zum Kotzen ist. Ich brauche einfach so viel Holz. Ich muss mir wieder einen Vorrat anhäufen. Warum habe ich bloß mein Gesprächsthema aufgegeben? Ähm... Also. Es gab es noch so in der Welt. Oh nein. Jetzt denken sich manche wahrscheinlich wieder... Oh nee, jetzt spricht er wieder... Äh... Freihand. Sag ich jetzt mal. Ich kann ja auch vielleicht ein paar Sachen vorverraten. Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht so lange dran rum machen. Das soll jetzt erstmal reichen. Ähm... Weil... Es ist ja auch so, dass... Ähm... Ich habe ja gesagt, ich will auch noch... Ich brauche auch noch einen Spawner. Und den brauche ich eigentlich nur für... Äh... Für eine spätere... Schweinefarm. Dafür auch der Spawner-Gui. Und die Frage... Äh... Kann man damit auch abbauen? Ich habe es zumindest auch so gehört. Wie es mir ein Freund mal gesagt hat. Äh... Ist, dass es funktioniert. Und ja. Mei. Hat... War das gerade der Hund? Moment. Es sollte eigentlich... Nein, so war es nicht. So war das. Dadurch muss ich nämlich auch hier so machen. Dann kommt da Redstone und da Eisen. Jawoll! Ich kann es noch. Äh... Bitte noch einen. Jetzt musst du nochmal die Sachen spucken. Und noch ein bisschen mehr... Oh, das war jetzt nicht schlau. Das war jetzt nicht schlau. Ja, es setzt wohl gern, gell? Kriegst du aber nicht. Ja, ha, 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 ha. Ruhig. So. Mehr Cobblestone. Mehr Cobblis. So. 32, 32, 16, 16, 16. Boah. Jetzt kam mir, glaube ich, gerade was hoch. Moment. Wie viel brauche ich? Ich habe jetzt vier pro Seite, also brauche ich acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt habe ich acht. Agibt auch sehr viel Sinn. Und ich kann auch noch sehr lange dran weiterbauen. Ich positioniere die jetzt einfach schon mal. Nein, ich brauche... Ach, Mist. Moment, halt. Dann geht das ja gar nicht. Moment. Doch, stimmt. Ich hatte ja schon recht. Ich brauche noch einen. Und jetzt brauche ich ein Bett. Aus der Bahn. So. Verdammt. Ich wollte fennengehen und lege den Piston hin. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich habe von Anfang an eigentlich schon gesagt, jetzt muss ich schon wieder alte Kamillen auffrischen. Ähm. Nämlich, dass es von vornherein eigentlich ein Hightech-Bauernhof wird. Also, da wird eigentlich nicht lange rumgefackelt. Das sieht ja mal ganz gut aus eigentlich sogar. Ich werde hier sehr viel Automatik machen. Und deswegen auch diese automatische Schweinefarm. Das wird ein wenig Tierquälerei werden. Das ist... nicht zu übersehen. Und... Ja. Dadurch wird es vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Äh. Also, ich wollte ja hier noch diesen Schacht da. Ähm. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. So. Ich habe hier meinen Schacht. Ach so. Ja. Der beginnt hier. Okay, ja klar. Ähm. Das habe ich jetzt total übersehen irgendwie. So. Das wird jetzt sogar etwas größer, als ich eigentlich ursprünglich geplant hatte.